Der Mensch hat ehrgeizige Ziele. Wohin bringt uns die Forschung? Wie erschließt man das Unvorstellbare? Und welche Dimension wird das Unentdeckte einnehmen? Wie wird Material fit fürs Extreme? Nur wer die Kraft der Natur versteht, kann sich ihr auch anpassen. Welche Technologien werden wir benötigen? Wer extrem denkt, versteht ihre Aufgaben besser. Die eine Idee, die eine Vision wird oft zur Mission für viele. Wir von Hüsker haben das verstanden. Wir streben nach Verbesserung und setzen sie konsequent um. Wir forschen auf vielen Feldern, um mit Neuheiten zu begeistern. Wir lernen voneinander, um besser helfen zu können. Wir investieren in modernste Technik, um die Zukunft zu verbessern. Wir bilden Netzwerke, um Mehrwert zu schaffen. Wir fertigen herausragende Produkte, um Standards neu zu definieren. Wir bewahren Werte, um Verantwortung zu leben. Und so haben wir mit Liebe zum Detail schon oft Großes vollbracht. Wenn wir etwas wirklich wollen, werden wir es auch erreichen. Und vielleicht werden wir eines Tages Herausforderungen meistern, die heute noch unlösbar scheinen. Mission verstanden.